Ich habe gerade die gesamte Tür ausgerenkt. Ausgerenkt? Ja, komm her. Was macht ihr? Tyrox drängt irgendwelche Türen aus. Ist doch selber dein Haus, oder? Ja. Lass mich mal rein. Oh oh. Warte mal, Raven siehst du das? Warte. Hä? Nein, die Tür ist ganz normal. Bei mir ist die so halb außenrahmen, also wirklich, ich meine komplett außenrahmen. FBI open up. Die ist genau da, wo Ike jetzt steht. Oh, die muss man reparieren. Ike, geh nochmal ein bisschen nach hinten. Ja, die ist genau da. FBI open up. Muss reparieren. Ja, warte, ich will. Wir sind die Zimmers, Leute. Okay. Wir reparieren hier nur. Oh Gott. Ah, hier. Entschuldigung. Gerne, reparier den. Gesundheit. Oh. Oh, danke. Oh Gott. Treppe, müssen wir auch repariert werden. Genau. Jetzt müssen wir nur noch Geld von ihm verlangen. Äh, was von Cybert? Der kommt doch gar nicht mehr aus, sonst wäre er ja heute hier. Treppe, nix gut. Bauen. Sag mal, wer hat eigentlich die Treppe hier gebaut? Weißt du? Ich kann mir so vorstellen... Wo führt die überhaupt hin? Die... Eigentlich hatte ich vor, die nach oben laufen zu lassen, aber da die Decke dann irgendwie, äh... Oh, guck mal, das ist... Warum seid ihr alle ins Bild? Wie findest du das Bild? Hab ich gemacht. Oh. Ich reiß dir den Kopf ab. Alter. Ey, lass mal pennen, Leute. Warum seid ihr alle in meinem Haus? Ich hab dir ein Geschenk gemacht. Das ist das Kleinste. Cassie, ich hab dir ein Geschenk gemacht. Muss reparieren. Willst du noch ein Geschenk? So. Ich denke, ich fühle dich gleich. Boah, gib den der Cassie zurück. Oh, ist die Tür so falsch? Ich muss die Cassie noch ein bisschen bezürzen, dass sie sich irgendwann wieder vor mir hinkniet. Oh. Oh. Mein Gott. Cassie, du bleibst von mir. Ja. Boah. Cool. Oh. 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 Der Zaun fertig gebaut. Puh. Dann bin ich halt eurer Beide, Tina. Hä? Machst du so ruhig? Boah. Ich will die Kirche bauen. Ich hab so Bock drauf. Äh. Na dann, lass uns das Rezept holen. Los. Ja, gern. ich muss ihnen was zu essen holen. Achso, ich muss eine andere Rüstung anziehen. Ich habe keinen Bock auf das Rezept. Oh, der Wagen. Welcher? Der fliegende. Ist der wieder da? Ich habe ihn gerade runterfallen sehen. Aber nur vom Weitem aus. Warum geht der? Das ist ein Gag. Ja, aber guck mal, der fliegt. Für manche Fragen brauchen wir keine Hand. Ich sehe halt nichts fliegen. Weißt du, wer hat Lust auf meine wunderschöne Orbitalkanone? Keiner. Du kannst die Hose gerne zulassen. Ich meine nicht diese Orbitalkanone. Steht die überhaupt orbital da? Ja. Sicher. Ja, sinkrecht. Ich dachte, es war gerecht. Das gehört mir. Da, glaube ich. Ja, fahr mal mit dem Doppelboot. Auf jeden. Oh, Alkohol. Meine. Alkohol. Also, wenn ich schon kein Alkohol zwinke, dann... Dann für die schlechten Zeiten. Hier bleibt was für mich übrig. Hä? Ich... Ah, hä? Oh. Ähm. Ich störe noch mal. Achso. Maus. Äh. 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 Ja, warte mal. Ja, du musst zuerst. Erst mal so. Und dann... Äh. 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 Drück mal rechte Maustaste. Ja. 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 Weiter, weiter, weiter. Gut, gut. Wir haben immer so einen kleinen Linksdreel. Ja, ja. Immer fahr weiter. Ja, ja. Okay. Wir wissen ja, dass hier bei dem Schiffsfall das erste ist. Ja. Boah, ich hab so Bock auf die Kirche. Ja, die Frage ist nur, was war dort? Stimmt. Ich weiß es auch nicht. Ich hab ein Häschenfergewoll... Äh... Aber ist es wirklich? Wieso hat das so einen Linksdreel? Ich weiß es nicht. Auf die Ausdauer kommt es ja nicht an. Das hab ich ge... Ne. Das... Maven, das hab... Das... Das hab ich gebaut, ja? Das stimmt. Mit Fragen. Ja. 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 Nächstes Mal kein Linksdreh. Dann bitte Rechtsdreh. Immer schon Rechtsdreh. Rechts vor Links. Hält ja. Mein Waschbär. Er hat so wunderschöner Haar aus. So, hier müsste jetzt irgendwo das schwimmende Holzbrett sein. Ja, ich guck grad, aber... Ach nee, hier war keins. Hier unten ist ja das Schiffswrack. Oh, ich seh Schildkröten. Ach stimmt ja. Da ging ja ein Seil runter. Äh... Scheiße. Was denn? Ich muss erstmal Taurausrüstung ausrüsten. Oh. Los. Lauf. Wo ging hier nochmal ein Seil runter? Ich hab's schon gesehen. Ach so. Kommst du zu mir? Ja, ja. Ach so, hier. Äh... Wo ist das Loch zum Reinschlüpfen? Was denn, Cassie? Hä? Hm. Du, wir haben so ein bisschen Besuch hier, ne? Ah, hier. Hier. Ah, warte. Ich dachte, das wär zugebaut. Boah, das dachte ich aber. Oh, das ist wie mit den, äh, Haien, die am Ufer sind. Das sieht so dämlich aus mit den Schneeschuhen. Äh, also... War das grad ein Magen? Ja, das... Was war ein Magen? Also, ich hör irgendwie einen Magenknall. Aber nicht von mir. Naja, also ich bin Pappensatt. Also, was hier ist Pappensatt? Ich hab halt noch gar nichts gegessen. Das ist die Kirche, Pappensatt. Aber ist das meiner? Ja, das ist die Kirche. Das ist meiner. Yay! Und, äh, Dings. Lass dich zu mir. Du merkst, dass dein eigener Bauch knurrt. Dieser... Armbrust. Äh? Wo? Hier vorne. Bei mir. Da hast du den schon. Oh, dann hab ich den grad eingesammt. Uh, Armbrust. Yo! Gut. Yay! Kirche, Kirche. Ich brauch jetzt ne Kirche. Ich würd sagen, wir holen uns noch die anderen Rezepte. Wenn wir schon dabei sind, joa. Ja. Was ist mit der los? Okay. Aber wir müssen erstmal auf dem Botan ein Lagerfeuer bauen. Hm, ja. Ey. Das geht ja zum Club. Hm. Das ist das einzige, was geht. Was? Ach, bitte seid mir nicht dies nach unten gebackt. Was? Die Leuchte ist einfach weggebackt. Interessant. Und seltsam. Ähm, guck mal richtig. Manchmal gehen die auch anstatt, äh, in den Boden, äh, aufs Dach. Nö, die ist weg. Okay, dann musst du dir eine neue holen zum Schenden. Achso, ich glaub, da hab ich eine. Schenden oder geschendet werden. So läuft das. Da fliegt ein Vogel unter Wasser. Oder ist das ein Schatten? Was? Darf ich nicht? Was? Bitte was? Das ist der Schatten da oben. Über dir fliegt ein Vogel. Ich hab keine Stöckhammer. Ne, ich glaub, wir brauchen gar kein Feuer. Ach, das ist eine Schildkröte. Äh, lass mich hoch. Was ist passiert? Guck mal her. Guck mal, guck mal her. So, als nächstes. Wohin? Äh, geradeaus. Okay. Hier, da drüben. Immer fahr, fahr, fahr. Ich sag dir schon, wenn du aufhören sollst oder rückwärts fahren. Mach dir mal auf die Ohren. Im Kopf. Oh Gott, nein. Hältst du eigentlich die Maustaste gedrückt? Ja. Okay. Das hab ich noch nie gesehen. Ich halt die Maustaste gedrückt. Ich mach das Missgestalteste. Der Ruder permanent. Der Welt. Also, Cassie. Was hältst du? Von ner Kreuzung, mit nem Hasen und ner Waschpär. Ja. Super krass. Das ist du Feldgeber, oder? Ach guck mal, das haben wir doch sogar markiert gehabt. Ach stimmt. Ja, mit nem, äh, Dings. Für den T-Talks. Hey, dann müsstest du das ja schon haben. Dann haben wir das doch schon. Ja, du, ich nicht. Ach so. Jaja. Stimmt ja. Da war doch der Hängegleiter. Ja, der Gleiter und der Turm. Ey, wie kann man nochmal die Bilder aufhängen? Du musst es sehen. Du musst es sehen. Du musst es sehen. Und drauf spucken, damit es klebt. Oder du nimmst andere Körperflüssigkeiten. Okay. Das, was du bei Cassie gerne ins Bett machst. Gut. Okay. Oh Gott. Und anscheinend auch. Eine Benachrichtigung von Twitter. Killerriegel hat was gepostet. Du, 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 du. Oh, bis wir dort sind, dauert das. Dauert ja auch. Ne. Ich möchte mich nicht hinsetzen. Danke. Waren wir hier auf der Insel schon und haben das Ding in die Luft gesprengt? Ähm. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, können wir dann auf dem Rückweg nachgucken. Genau. Ja. Wenn wir dann zum dritten fahren, das ist noch weiter entfernt. Dann müssen wir auf die andere Seite der Insel. Ja. Aber da lauf ich dann hin und dann können wir ja hinschwimmen. Haben wir ja auf dem gehosteten Server auch gemacht. Ja. Das Problem war dann nur den Berg wieder hoch zu kommen. eigentlich in diesem halbfertigen haus hier das ist vom claytoxic das kann man also auch niederknübeln passiert doch nicht gebäudeschaden ist aus da drüben ist es ich tauche einfach mal mit doch du müsstest die bolzen noch holen können ich bin das hast du nicht gesehen dass ich gerade zu dir gelaufen bin als du ins feuer gerannt bist danke dass du es auch noch gesagt hast jetzt sehe ich den wagen runterfallen mit der flagge also melvin ich glaube wir müssen unsere base nochmal umstrukturieren und eine zwischenwand bei unseren häusern ziehen die zwei werden mir langsam nur noch zu merkwürdig ich kann mich nicht bewegen ach so ich bin gegen den baum saubersträmpfer das war mein stichwort ich komme wenn es dein stichwort ist machst du dann aber bitte cassis haus wieder sauber weil das irgendwann stinkt das auch wenn das so abgestanden ist das ist egal naja 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 da wirst es auch okay cassis also tyrox du hast es geschafft cassis hat ein orgasmus bekommen um so ist ich hab meine Aloe Vera gegessen, das war die einzigste Aloe Vera die ich hatte äh vorderbase wachsen genug und was heißt vorderbase? na vorderbase halt ja gut, wo ist die vorderbase? musst du gucken äh, Melvin, ich geh nicht nochmal auf dieses kack Boot drauf ganz saft ich schwimm jetzt zum Strand und dann lauf mal quer über die Insel quer über die Insel? achso, du willst noch das andere holen? natürlich, was fehlt denn da jetzt noch? ähm Kirche, Turm, Hängekleiter die Schildkrötenrutsche stimmt dir ist das Wichtigste jaaaa damit Tyrox und Cassie, ähm ein bisschen rutschen kann noch mehr Spaß haben damit, damit Cassie, äh, lernen kann wie sie auf Tyrox, Tyrox, äh, rutschen kann oh ne oder andersrum bis Kirche ist so gut wie fertig Papst Melvin warum willst du unbedingt der Papst sein? ich weiß es nicht dann lebst du aber unter der Brücke, ne? was dann lebst du unter der Brücke warum soll ich wenn ich Papst bin warum soll ich unter der Brücke leben? dann lebst du unter der Brücke warum? wir haben nicht mal eine Brücke dann lebst du unter der Brücke wir haben keine Brücke ich baue uns eine passt, ok dann werd ich Papst Melvin, hier drinnen das Bild hast du schon, oder? oder diese Liste ah ja ok was ist das überhaupt für ne Liste? oh, Schildkröten im Himmel, in der freien Natur Herzen aus Eisen vier wie kann ich Aloe Vera anpflanzen? indem du ein Beet baust oder Bus baust ja, aber das hab ich aber ich kann den nicht reinmachen du kannst aber auch mit Teilox zusammen Bus bauen nee, du musst dann eher drücken zur Auswahl beziehungsweise wenn du keine Samen von Aloe Vera hast dann geht das sowieso nicht richtig? indem du Aloe Vera, äh, aberntest wo ist der Melvin? ich bin grad auf dem Weg ich auch oh, oh meh, oh was denn? ich bin grad in der Horde voller nackten Menschen reingerannt geschieht dir recht aber die sind alle weiß und haben Kreuze äh, abrennen, abrennen in die Base bringen und abrennen abrennen, 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 abrennen ok, ich bring den in die Blaze mach Tor auf also, Cassie, ich frag mich was du hast ich find hier Aloe Vera ohne Ende wo bist du? wo bist du aus? da wo auf dem gehosteten Server das Haus steht natürlich wow, da komm ich jetzt natürlich auch so hin äh, ich weiß nicht, ob du da hinkommst leuchti leuchti aber ich kann dir dann gerne eine Aloe Vera Pflanze anpflanzen ich hab ein paar Samen im Inventar das wird super super uah uah warte, komm mal kurz warte, warte, warte was ist ja ungeschenkt für dich ne, geht nicht, wir gehen Rezepte holen Cassie ach so, ne, geht nicht sie ist beschäftig ja, ich spring erstmal gegen Stein Aua Aua fahl die Klippe runter uah 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 wenn dann den Papst äh 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 Melvin, Melvin ja wir ganz kurz nen Unterschlupf bauen und dann schlafen oder einfach weiter renn ja einfach weiter renn haha es wird grad Nacht oder ist Tag? es wird grad Nacht oh und ich hab kein Heilzeug dabei was, was brauchst du denn? all, was zum Heilen ach, danke ja zur Not kann ich noch ein paar Pflanzen herstellen ich hab ein bisschen was im Inventar das Problem ist bloß das rennen wir jetzt auch richtig ich folg dir einfach dann ist es deine Schuld während wir fallen schlafen das merke ich mir boah, warte mal nein, alles geholt das ist leer wir bräuchten eigentlich bloß am Rand äh am Ozeanland renn ja so, ich bin mal kurz weg okay okay aber ich lauf jetzt langsam wegen meiner Ausdauer falls hier auf einmal ein Mutant auftaucht stimmt sicher ist sicher immer immer und man hört die Cassie ab und zu kichern dann sich erschrecken dann kichern und dann ganz komische Geräusche machen warum geht die Cassette nicht an? ja lockst du sogar noch an Melvin machst du richtig so die geht eh nicht an hast du keine Batterien drinne? das wäre blöd würde man Batterien dafür brauchen ja ich hab nur noch vier aber ich rieche ich rieche es wir kommen dem Ozean immer näher und dann müssen wir nur noch die zwei komischen Inseln finden weißt du noch wie die aussahen? äh also das waren doch wieder diese zwei Inseln ja ja so genau weiß ich äh also ich sehe keine Insel oh wir müssen noch ein ganzes Stück in die Richtung war das nicht oh ey wir müssen noch ein ganzes Stück weil hier kommt irgendwo noch was zum in die Luft jagen wo ein Waffenteil drin ist hm war das nicht da wo wir auch äh nicht so schnell hoch gekommen sind also also es müsste ja das war so ein ganz klein wenig komisch dort die Klippe ja nicht all zu groß aber auch nicht ja wir sind gleich da wir sind gleich da da war nämlich diese Ausbuchtung die hier unten ist die war in der Nähe aber ich werde erstmal hier hoch gucken ob ich das schon explodieren lassen hab oh oh Gott du dämliches verficktes Reh ey hast du dich erschreckt? hast du Dynamit dabei? ja na dann weite deines Amtes was warum steckst du das nicht im Boden rein? das wollte ich tun aber dann ähm oh 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 das wollte ich zuerst machen weißt du was das schöne ist? ja au ja wir können es da unten einsammeln ein Boot bauen stimmt wenn es nicht irgendwo hängen bleibt hängen bleibt es fliegt doch alle ins Wasser Wasser oder? keine Ahnung und wenn doch ist es auch nicht so schlimm das stimmt da pfff das ist zu ok weiter geht die Reise warte ich hab noch Holz weee ich kann uns hier besser beobachten